Hey Leute, wer hätte es erwartet, heute mal ins Black, ein Spiel, das wir noch nie gespielt haben und nie mehr vor hatten zu spielen. Hoffentlich heute mal ohne Hacker. Ja, mit Hacker wäre ganz schön scheiße. Ey lol, Saraza ist in der Lobby. Oh lol, Saraza. Ach schau, hätte gar klappen können. Ich habe nicht direkt Tab gedrückt. Es gibt Klicks, es gibt Klicks. Treib den Titel. Ja, großer Titel. Saraza spielt mit. Fragezeichen. Ne, drei Ausrufezeichner vor und dahinter. Nein, nein, Saraza spielt mit und outet sich, das musst du in den Titel schreiben. Und outet seine Beziehung mit Kronk, das muss in den Titel. Dann musst du ins Thumbnail, im Bild von Saraza, ich bin schon wieder nicht mehr auf meinem Blog. Ja, Arschlöcher. Ich bin jetzt auch mal runter. Ja, wieder Pokémon. Ins Thumbnail, im Bild von Saraza. Ich bin schon wieder auf der zweiten Ebene. Das Thumbnail erstellst du. Einfach ein Bildo ins Gesicht klatschen in Photoshop. Das ist ganz einfach. Oh Leute, es geht glaube ich langsam zu weit. Das kann ja nicht sein. Wir möchten nochmal betonen, wir haben nichts gegen Sarazaz. Ich bin raus. Ich nicht, ich hab ein Pumpkin. Ich hab auch ein Pumpkin. Wir setzen uns für den Atemschutz ein. Was? Nein, nein. Nein, ich bin das auch gut. Alter, das war gerade knapp. Hast du jetzt gerade in der Aufnahme Sch*** gesagt? Nein, nein, ich hab auch gut gesagt. Okay. Ich hab aber auch was anderes verstanden. Ja, das ist leichter mein Mikrofon. Ja, dein Mikrofon scheint ziemlich sexistisch zu sein. Ja, Pech. Und dann wird's mit Laufen überlebt man länger als mit Schießen. Auch wenn Schieß natürlich lustiger ist. Gute Idee. Sollte ich mich vielleicht mehr dran halten. Ich schau auf mit Laufen und Schießen natürlich optimal. Nur ich bin jemand, der sich mal selbst seinen eigenen Weg wegpompt. Doch, ich glaube ich möchte Marvin trollen, deswegen singe ich jetzt irgendein Lied. Lass das mal, ey. Mach keinen Sinn. Was denn? Ich bin down. Jetzt mit den neuen Gamer-Vereinbarungen ist alles viel besser. Nein, er hat trotzdem nicht Urheberrechte. Ja, ich weiß. Warst du aber nicht, hab ich voll. Nein. Ich bin Rihanna. Hallo, er ist Rihanna. Scheiße, 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 scheiße. Seine Mama ist Katy Perry. Ja, und mein Vater ist der Higarra, ist klar. Ja, ich dachte, dein Vater wäre ACDC. Ja, stimmt, er ist ACDC. Die ganze Band. Deiner sieht aus wie Meatlove. Alter. Komm, mich sieht hier hinten keiner, oder? Mich sieht echt keiner. Sind die doof, oder so? Bitch, walt! Ich bin in den besten drei zumindest. Das Treppchen ist schon mal meins. Oh, laba. Okay, es ist ja leider auch der letzte Platz des Treppchens, sehen wir es mal so. Aber warten wir noch eben, bis die beiden sich hier... Ich bin leider von der vorletzten direkt ganz runter, weil die letzte so... Ich sag, das gewinnt dieser, äh, der gerade auch im Schießen ist. Der im Schießen ist? Der Misaki fimmt. Misaki. Gut, ich wette dagegen, nur weil ich's kann. Ne, ne, der Misaki gewinnt das. Ja. Ja, hast recht. Ich wette geribbert, das ist dritter. Ja, wette ich auch. Na, Marmel wird jetzt dagegen, weil er's kann. Ich wette 50 Euro dagegen. Okay. Deal, ja, Handschlag, perfekt. Ja, okay, Marmel. An jeden von uns, ne? Ja, ich wollt grad sagen. An jeden von uns. Er hat's auf Aufnahme. Ja. Hast du die Buchstaben eingeblendet? Ja, ja, easy. Perfekt. Jeder erstmal so potzelt. Hast du die Buchstaben eingeblendet? Ja. Okay, gut, wenn das denn wenigstens heute mal geklappt hat. So, alles schön, dann lohnt es sich doch, versklavt zu werden. Jo. Ist so. Wie jeden Tag. Wir müssen auch dafür sorgen, dass dein Mikrofon nicht mehr so sexistisch und drastisch ist. Ja, das krieg ich schon hin. Das ist ne Einstellungssache im Teamspeak. Also, ja, das ist ne Einstellungssache. Es kommt immer darauf an, ob du das weibliche oder männliche Profil gewählt hast. Oh, 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 jetzt geht's so weit. Das weibliche Profil ist schön tolerant, das andere schön rassistisch. Wir sehen uns dann morgen wieder. Ja, bis morgen. Ciao.